Ja, moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder unterwegs, mit wir meine ich, dem guten Nils und mich. Und ja, diesmal fahre ich Auto und ich fahre mit dem Auto von Nils, das ist ganz besonders für mich. Und wir sind unterwegs in die zweite Schleswig-Holstein-Tour. Und wir starten tatsächlich mit dem gleichen Stopp wie letztes Mal auch. Aber hoffen mal, dass wir diesmal mit gutem Wetter und tatsächlich auch einer freien Stadt in Eckernförde voranschreiten können. Also ja, ich würde sagen, los geht's mit diesem Video. Ja, ich melde mich mal auf den Hintergrund. Und wie lässt sich das Auto fahren, mein Auto? Das Auto lässt sich wunderbar fahren. Also es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, als man so kennt oder als ich so kenne bisher. Von daher, es ist grandios. Ich hab's lieben gelernt. Wunderbar. Wir sehen uns dann gleich in der Eckernförde. Jo. 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 Da sagt er dir jetzt so, da ist ein Parkplatz und ich so ritt schratt rum und dann ging es in die Parkpläcke rein, hat funktioniert und jetzt gehen wir mal ein bisschen durch Eckernförde und schauen uns die Eckernförde an. Eckernförde ist eine wunderschöne Küstenstadt in Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands. Die an der Ostseeküste gelegene Stadt ist für ihre malerischen Strände, den charmanten Hafen und ihr maritimes Erbe bekannt. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Und in den historischen Gebäuden und der Architektur lassen sich noch immer Überreste ihrer Vergangenheit erkennen. Eines der bemerkenswertesten Wahrzeichen von Eckernförde ist das Rathaus. Ein beeindruckendes Gebäude im Herzen der Stadt. Im Hafengebiet herrscht reges Treiben, besonders in den Sommermonaten, wenn Touristen in Scharen die Sonne, das Meer und frische Meeresfrüchte genießen. Auch für Segelbegeisterte ist Eckernförde mit seiner malerischen Küste und den hervorragenden Segelbedingungen ein beliebtes Reiseziel. Die Stadt veranstaltet das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen und Festivals, die ihre maritime Kultur und ihr Erbe feiern. Insgesamt bietet Eckernförde eine perfekte Mischung aus Geschichte, natürlicher Schönheit und Charme am Meer und ist damit ein reizvolles Reiseziel für Reisende, die Entspannung und kulturelle Entdeckung suchen. Wir schmatzen jetzt hier unsere Bonbons, haben wir eine kleine Ausbeute gehabt, habe jetzt glaube ich fünf Jahre die Bonbonkocherei nicht besucht. Schmeckt wie früher, ist einfach lecker. Super, will Spaß. Ist wirklich mega. Ja, und jetzt gehen wir langsam zurück. Okay. Morgen auf dem Hübschen. Ja, ja. Ja, da sind wir, Rendsburg und jetzt gucken wir uns mal Rendsburg an. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Du führst mich. Ja, ich bin gespannt. Rendsburg ist eine Stadt an der Eider. Die Stadt dient aufgrund seiner Lage an der Kreuzung des Nordostseekanals und der Eider als wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Stadt ist bekannt für ihre Hochbrücke, die den Nordostseekanal überspannt und ein architektonisches Wunderwerk darstellt. Rendsburg hat auch eine reiche Geschichte mit Sehenswürdigkeiten wie dem Rendsburger Schloss und verschiedenen Museen, die das Erbe der Stadt präsentieren. Darüber hinaus bietet es malerische Ausblicke auf die umliegende Landschaft und die Wasserstraßen, was es zu einem beliebten Reiseziel für Touristen macht. Ja, wir sitzen jetzt schon wieder im Auto. Rendsburg, was sagst du zu Rendsburg? Ich bin begeistert. Es war schönes Wetter. Jetzt das doof, aber ich habe viel gesehen, viel erlebt durch ihn. Ja, ich war jetzt auch recht lange schon nicht mehr in Rendsburg, aber das, was ich kannte, habe ich gezeigt und das war eigentlich auch ganz nett. So, und jetzt waren wir eben noch an der Hochbrücke und haben ein schönes Stück Kuchen gegessen, haben Kaffee getrunken und jetzt geht es mit der Schwebefähre, die endlich wieder fährt, rüber auf die andere Seite. Und zum ersten Mal habe ich sowas gesehen, ich war sehr fasziniert und als ein kleines Bötchen vorbeikam, kam noch Musik. Ja, kleines Bötchen, kleines Containerschiff mit Begrüßung und so weiter, das ist ja hier die Attraktion schlechthin in Rendsburg. So standen wir da, so standen wir da. Ja, von daher, ja, es ist auf jeden Fall schick und lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren. Genau, war toll, war gut. Wenn man nach Rendsburg fährt, ist es das, was man eigentlich sehen muss. Ist ein Highlight. Ja, und von daher geht es jetzt mit der Fähre rüber und dann Richtung Kiel. Ja, ich hoffe, euch hat der gestrige Tag gefallen. Wir waren ja noch bei den Rendsburg Räder-Schwebefähre und noch in Schickste, einmal beim Olympia-Zentrum. Und jetzt sind wir mal im Auto und jetzt geht es ab nach Lübeck. Die Boden muss besuchen. Genau, und dann fahren wir jetzt erstmal hin und dann geht es ab. Ja, bis später. Ja, wir sind jetzt hier an einem ganz besonderen Ort für mich. Wir sind nämlich noch gar nicht ganz in Lübeck, sondern wir sind jetzt erstmal in Ratekau und bei Surfer-Van und ich wollte mir schon immer mal die Busse anschauen hier und jetzt sind wir da und es ist einfach ein Paradies. Es ist einfach Paradies, hier einfach mal so neben dem Riptide Pro zu stehen. Also ich habe mich auch dekadent daneben gestellt, aber ich liebe es einfach. Es ist grandios. Also jetzt gibt es mal ein paar schöne Eindrücke von den Bussen hier. Ich finde es crazy. Ja, wir fahren jetzt nach Lübeck und ja, auf mir war cool, sich die Busse mal in real life anzuschauen. War echt schon ein sehr langer Wunsch von mir und jetzt haben wir es mal gemacht. Richtig, richtig geil. Ich bin mega happy. Also ich finde sie immer noch toll und ja, vielleicht wird es ja tatsächlich auch mal einer für mich, aber vielleicht brauche ich mir auch uns selber aus. Mal gucken. Jetzt geht es nach Lübeck. So, wir machen heute eine richtig schöne Touri-Tour durch Lübeck und ja, guck mal, was wir so finden. Ja. Genau. Ich bin auch immer gespannt. Erstmal Holzenträuche, gleich nebenan. Ja, so sieht es aus. Ja. Lübeck ist eine historische Stadt, ebenfalls im Bundesland Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands. Sie ist bekannt für die guterhaltende mittelalterliche Architektur und das reiche kulturelle Erbe. Die Stadt liegt an der Trabe und ist für ihr ikonisches Holzentor bekannt. Ein gotisches Backsteintor, das einst als Teil der Verteidigungsanlagen der Stadt diente. Die Lübecker Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und zeichnet sich durch enge Gassen, Giebelhäuser und charmante Plätze aus. Das Stadtbild wird von Kirchen dominiert, darunter der beeindruckende Lübecker Dom und die Marienkirche, die für ihre astronomische Uhr bekannt ist. Lübeck hat eine lange Geschichte als bedeutendes Mitglied der Hanse, einer mittelalterlichen Handelsvereinigung von Kaufmannszünften und Marktstätten. Sein Reichtum und Einfluss während dieser Zeit spiegeln sich in den prächtigen Gebäuden und wohlhabenden Kaufmannshäusern wieder. Lübecker 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 Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen abseits von den Straßen der Touristen abgewichen und haben unseren Touristenspaziergang doch ein bisschen erweitert und entdecken da tatsächlich solche coolen Sachen. Ist tatsächlich richtig, richtig cool. Es macht richtig Spaß hier durchzuwandern, so viele Sachen zu entdecken und tatsächlich auch einfach mal ein paar andere Straßen auszuprobieren als so die klassischen. Neben seinen architekturikonischen und historischen Sehenswürdigkeiten ist Lübeck auch für sein Marzipan bekannt. Die Konditorei Niederegger wurde im Jahr 1806 gegründet. Seitdem hat sie sich einen Ruf für hochwertiges Marzipan und Süßwaren erworben. Niederegger ist besonders berühmt für seine traditionelle Herstellungsmethode und die Verwendung von hochwertigen Zutaten, insbesondere Mandeln aus dem mittleren Raum und Besucher können diese lokale Spezialität im Geschäft in der Altstadt probieren und kaufen. Auch heute noch ist Lübeck ein kulturelles Zentrum mit Museen, Galerien und Theatern, die sein künstlerisches Erbe präsentieren. Es ist auch eine geschäftige Universitätsstadt, die in ihren historischen Straßen eine lebendige Energie verleiht. Insgesamt ist Lübeck ein faszinierendes Reiseziel für Reisende, die sich für Geschichte, Architektur und kulturelle Entdeckung interessieren und einen Einblick in die mittelalterliche Vergangenheit Deutschlands bekommen möchten. Ja, das war Lübeck erstmal. Wir machen so lange wieder auf dem Heimweg und ja, war sehr schön auf jeden Fall. Viel gesehen, viel erlebt. Muss man wirklich sagen, sehr schön. Lohnt sich hier zu kommen. Auf jeden Fall. Also es war auch nochmal richtig schön. Vor allem das Wetter spielt damit. Es ist warm. Es ist einfach wunder, wunderschön von daher. Ja, so sieht es aus auf jeden Fall und jetzt machen wir uns auf den Heimweg, oder? Jetzt geht's zurück nach Kiel. Los geht's. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dieser Schleswig-Holstein-Tour. Also mir hat es sehr, sehr gefallen. Mir auch, danke. Ja, freut mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. War ein langer Tag. War ein langer Tag. Sehr viel erlebt. Auf jeden Fall. Und das muss erstmal verdaut werden. So sieht es aus. Und vor allen Dingen haben wir auch gestern noch viel erlebt gehabt, ne? Und es waren ja jetzt zwei Tage, die wir wieder durch Schleswig-Holstein gecruised sind. Genau. Wieder unterschiedliche Ecken. Guckt euch nochmal den ersten Teil an. Genau. Ganz wichtig. Wo oben rechts in der Infokarte eingelendet. So ist das. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz wichtig. Und dann gerne auch Meinung in die Kommentare und natürlich Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Und es kommt Teil 3? Kommt auf jeden Fall auch noch. Kommt nochmal Teil 3. Wir werden auf jeden Fall noch einen Teil hinterher schieben. Alles klar. Und damit verabschieden wir uns und sagen Ciao. Bis zum nächsten Video. Tschüss.